. Spiele, pass! 2-1, 2-1, 2-1 zone. 15.30. 15.40. 16.30. 16.30. 21.30. Stimme. 2.30. 2.30. 3.30. 2.30. 3.30. 2.30. 1.30. Das ist ein Massen. Das ist ein Massen. Das ist ein Massen. Das ist ein Massen. Nach zwei Stunden und 40 Minuten ist das geschlagen, das Finale hier bei der Kassel-Dokko. Wir absolvieren den Sieger, Zoggi Haar! Und es geht zunächst auch in den Kreuzer-Kanz für den Kassel-Doktor Peter Posse. Mit dem Vokal, das Sieggeschenk hat übergeben von Lerbe und Lerbe.